Das ist wohl nicht so lange her, oder? Ich hau jetzt ab! Aber du fährst viel nicht mehr heim. Lass bloß das Auto steigen. Warum? Weil du einen Haufen Bier gesoffen hast. Du kannst mit dem Radl heim fahren oder du fährst mit dem Bus heim. Ich hab überhaupt gar kein Radl dabei! Dann musst du halt mit dem Bus fahren. Was für ein Bus! Andere Leute fahren auch mit dem Bus. Mit dem Bus? Ja, freilich mit dem Bus. Gestell dich halt nicht so. Servus, Pfüßer! Servus, Pfüßer! Der fährt doch hundertprozentig jetzt noch zum Wirt. Ja, aber hundertprozentig! Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020